Deutschland braucht Veränderungen. Das verlangen der demografische Wandel und auch die ökonomischen Herausforderungen, die unser Land, die die deutsche Wirtschaft betreffen. Solche Veränderungen verlangen nach einer Konzeption, einer Orientierung. Wir versuchen mit der Chance 2020 eine solche Orientierung zu geben. Das ist unser Angebot an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Das ist unser Angebot an die deutsche Politik in Deutschland. Sie darf nicht selbst zufrieden werden, sie darf nicht die Hände in den Schoß legen, sondern sie muss weiter vorangehen. Das ist unsere Hoffnung und unsere Erwartung.